Herzlich willkommen zu unserem Tutorial-Video für den Newsletter-Connector. In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie der Newsletter-Connector freigeschaltet und für Send in Blue konfiguriert wird. Mit dem Newsletter-Connector können Sie OnOffice Enterprise an den bereits genannten Newsletter-Marketing-Dienst anbinden. Mit dem Service können Sie bequem Ihre Newsletter-Kampagnen starten und auswerten. Alle Adressen in OnOffice Enterprise, die dem Newsletter-Versand zugestimmt haben, werden zu dem Newsletter-Service übertragen und dort als Kontakte angelegt. Schauen wir uns als erstes den Marketplace an. Über Marketplace, Übersicht, finden wir den Service Newsletter-Connector. Öffnen Sie diese Kachel, kann der Dienst über den Button oben rechts freigeschaltet oder gesperrt werden. Wurde der Service nun freigeschaltet, gehen Sie erneut über Marketplace, Newsletter-Connector und Adress-Synchronisation. Es öffnet sich nun ein neues Pop-up. Hierbei können Sie zwischen den Services Mailchimp und Send in Blue wählen. Damit die Verbindung nun aufgebaut werden kann, benötigen Sie noch einen API-Key und kleinere Anpassungen. Wo Sie den API-Key finden und was noch vorbereitet werden muss, schauen wir uns nun an. Ich befinde mich nun bei Send in Blue und den Zielgruppen. Die Zielgruppen finden Sie über Kontakte und Listen. Bei Send in Blue muss eine Zielgruppe namens OnOffice angelegt werden. Dies geschieht entweder manuell oder automatisch nach dem Speichern des API-Keyes im Connector. Alle Ihre Zielgruppen werden in dieser Liste angezeigt. Eine neue Zielgruppe kann über den Button, eine neue Liste erstellen, angelegt werden. Eine bestehende Zielgruppe kann über die Aktionen und Umbenennen umbenannt werden. Möchten Sie eine Zielgruppe manuell anlegen für den Connector, beachten Sie bitte, dass die Zielgruppe OnOffice heißen muss und klein geschrieben wird. Im Zweifelsfall können Sie die bestehende aber auch einfach löschen, denn beim Speichern des API-Keyes über den Connector wird die korrekte Audience automatisch hinzugefügt. Bei Send in Blue wird nach dem Speichern des API-Keyes auch automatisch ein Webhook angelegt, der die Übertragung von Änderungen an OnOffice steuert. Dieser kann bei Send in Blue eingesehen und bei Bedarf angepasst werden. Um die Webhooks einzusehen, wechseln wir zu den Kontakten, dann Einstellungen und anschließend Webhooks. Über das Aktions-Pulldown auf der rechten Seite können wir die einzelnen Webhooks konfigurieren. An dieser Stelle können Sie definieren, bei welchen Aktionen eine Übertragung zu OnOffice Enterprise stattfinden soll. So können Sie zum Beispiel deaktivieren, dass eine E-Mail-Aktivität nach dem Versenden eines Newsletters angelegt werden soll. Als nächstes schauen wir uns den besagten API-Key einmal an. Bei Send in Blue gehen Sie bitte oben rechts auf Ihren Namen und dem Eintrag SMTP API. In dem oberen Bereich werden all Ihre API-Keys angezeigt. Unter API-Schlüssel können wir die einzelnen Schlüssel kopieren und in unseren OnOffice Pop-Up für den Konnektor einfügen. Wechseln wir einmal zurück zu dem Pop-Up. In diesem Fenster wählen wir den Service Send in Blue aus und geben unseren bereits kopierten API-Key ein und bestätigen mit API-Key Speichern. Hat alles geklappt? Sehen Sie, wie viele Adressen zu dem Service synchronisiert werden können und wie viele Adressen bereits bei Send in Blue vorhanden sind. Die erstmalige Synchronisation wird über den blauen Button gesteuert. Es werden hierbei alle Adressen synchronisiert, deren Newsletter-Einstellung auf Ja steht. Danach werden Änderungen an den Feldern Anrede, Vorname, Name, E-Mail, Newsletter und der Newsletter-Tag automatisch im Hintergrund synchronisiert. Hierbei ist OnOffice Enterprise grundsätzlich das Master-System. Beachten Sie bitte an dieser Stelle, in Send in Blue steht nur ein Tag namens OnOffice zur Verfügung. Eine Änderung der Werte Ja oder Nein im Feld Newsletter führt zu einem Abonnieren bzw. einem Blacklisting in Send in Blue. Es werden grundsätzlich alle Newsletter an- und Abmeldungen zu OnOffice Enterprise übertragen. Dies gilt sowohl für An- und Abmeldungen durch den Send in Blue-Administrator als auch durch den Abonnenten selbst. Wird ein einzelner Kontakt in Send in Blue gelöscht oder archiviert, so wird der Newsletter-Status in OnOffice Enterprise auf keine Angabe gesetzt. Werden neue Kontakte in Send in Blue angelegt, dann werden diese auch zu OnOffice Enterprise übertragen. Das kann auch geschehen, wenn ein Website-Besucher sich für den Newsletter registriert. Die Übertragung zu OnOffice Enterprise kann nur gesteuert bzw. verhindert werden, indem die vom Besucher selbst eingetragenen Kontakte nicht in den Kontaktlisten von Send in Blue angelegt werden. Dies muss im Newsletter-Tool selbst konfiguriert werden. Eine wichtige Anmerkung zum Schluss. Der Newsletter-Connector ist bisher nicht gruppenfähig. Das bedeutet aktuell, dass nur 1 Cent im Blue-API-Key je OnOffice-Kundenversion in den Connector-Einstellungen hinterlegt werden kann. Und das war's auch schon mit unserem Tutorial zum Thema Newsletter-Connector. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, lassen Sie mir gerne einen Daumen nach oben da. Bei Fragen wie immer gerne in die Kommentare schreiben und über Feedback würde ich mich ebenfalls sehr freuen. Für weitere Videos und Tutorials abonnieren Sie unseren Kanal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.